Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ja, zu mir sagen... Immer gehen hier, ne? Hab ich jetzt noch einmal gemacht? Ja, danke! Ach, klar, man. Ich komm... Ja, wo muss ich immer gehen? Scheiße, darum sind die ganzen Felder, ne? Ach, nö. Nächste Runde eine Eins bitte würfeln, ja? Ach so, du möchtest den... Ne, dann gebe ich lieber Peach. Hm... Ich halte mich immer noch länger auf. Piranha-Verfolgung. Oh, gefährliche Seiltanz. Das ist ja super spannend, dass wir die Leute da nicht runter schießen können. Doch, das geht. Bist du sicher? Ja. Haben wir doch beim letzten Mal ja auch noch noch gemacht, ne Börschen. Los! Ja! Du musst natürlich nur richtig Treffen hauen. Peach muss nicht ein Weg fahren. Also, das ist cool. Lang schießt du eigentlich da? Du musst nur richtig Treffen anbauen. Ok... Eicq... ... ... ... ... ... ... Geist! Mann, am Pilch wird hier rumgefahren, wirst du? Mhm. Oh, Menos, eigentlich hätte die nichts verdient. Finde ich. Naja, ja, wir haben alle gewonnen. Naja, aber sie hätte keine Münzen verdient. Richtig. Scheiße, wir sind veranstalterin. Kommen wir für eine ARH, Heinz. Los, 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 los! Sag dich ja, ich geb den lieber Peach als dir. Tick. Dich. So ein Mist. Ich möchte ja sozial sein. Hallo, guck mal, die Arme hatte nur einen... ...einen Stern. Du hättest dann auch drei gehabt. Ja. Ich könnte auch noch... Ich könnte auch noch Donkey Kong eingeben. Nee. Warum nicht? Warum? Der braucht keinen. Ich finde aber schon, der hat's verdient. Der mit seinen hessigen Kuchen, ne? Ja. Du musst unbedingt gegucken. Guck dich mal an. Schmaler Hannes, du. Schmaler Hannes, du. Schmaler Hannes? Wo? Luigi ist frisch. Ja, guck den an. Der braucht einen Kuchen. Dauert sich auch. Da an der Verfassung oder... Okay. Achten wir mal, was passiert wohin? Ich muss gucken, wo ich stehe. Da. Bist du denn sicher? Mhm. Update ist... nächstes Update kommt. Ja, nix schon. Den geht wieder hoch. Dankeschön. Guck mal, wie viel sozial ich bin. Na, in einer kleinen Adolf, weil ich weiß. Hallo. Wie unsozial kannst du jetzt zu mir sein, dass ich so sozial zu dir bin? Ja. Da drüber im Netz... Ja. Da auch, dass ihr da zehn Minuten bis der Ping wieder so... ausrastet. Ungefähr. ... ... ... ... transaction es ist gemein wer das sowieso dass ich jetzt zum beispiel du hättest es werden alle da vorne gewesen da du jetzt gerade bei bowser warst alle waren da vorne gewesen wenn alle vorbeigegangen du kriegst neue runde kriegst noch mal total gefeiert aber die behinder und tätig seit zwei sekunden 4 sekunden kostet auch die nächsten stellen also bitte heute nicht rum dass ich ja ein stern spenden soll da war nicht alles so da war von den dingen aber kein berauschend doch obwohl ich stand das bleibt sind auf vorne und hinten drücken und hier beide Ich hab dich leid, ne? rekord aufgebaut oder nicht andere strecke war ja wo ich habe mal gewonnen ich habe das früher nie geschafft ich habe jetzt immer vorne dann ab und zu kurz rückwärts vorne gar nicht machen oder gar nicht drücken ich habe zu schnell der kurve davor gedrückt deine piranha tanzt sich ziemlich konkreter nichts passiert ich hätte gelacht wenn du eine 1 gewürfelt hätte aber das ist eigentlich ein level zum extremen nützen ausgeben ja 50 pro runde kannst du ja versuchen immer hinzukriegen oder stein her oder kannst du auch schaffen kannst du auch immer zwei pflanzen setzen oder so ja da kommst du bei bowser vorbei kaufst du noch rufen ab nein nicht bob kommt aber warum nicht bob also nicht aber egal ich glaube ich wusste jeder ich habe das ohne zu geben das schaffst du ohne das schaffst du ohne das schaffst du ohne das schaffst du ohne wo bleibt die musik das dachte ich immer auch du sollst immer das gleiche denken wie ich es ist gruselig ich bin eine wunderschöne hübsche prinzessin ich bin eine wunderschöne hübsche prinzessin 37, gott 45 haben wir gleich mann 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 ich kann sich nicht genau sagen ich hatte vorher schon junger mann ich hatte vier minuten vorher schon ich hatte glaube ich keine ahnung wie lange ich seit wir das ding gestartet haben ich habe eine Stunde 45 ich habe eine Stunde 45 ich habe eine Stunde 45 also 5 minuten unterschied 4 minuten bei mir noch mal abziehen und ich habe eine Stunde 36 ok bei dir dann ja auch noch mal eine Stunde 37 also na wie viel hast du denn 9 minuten hast du boah ich habe früher gemacht da ist das ding gestartet haben ich wusste nicht dass du solche probleme hattest ja mach ja das brauche ich immer moment mach 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 na hast du keine schimpfhörter hier warum kaufe ich eigentlich die ganze zeit die sterne für euch alle oder und verteilt die dann wieder pro runde ja Kleiner Pillar, Mann. Ich hab auch nicht viel nicht mehr. Ooooooh. Das war echt ein Dinger, ne? Ja. Fuck. Fuck. Ooooooh. Okay. Okay, auch noch sogar abgezogen. Ja. Wie hast du das in ihm hingekriegt? Nein, ich bin ein kleines Ding dahin geblieben, wo ich springen gedrückt habe. Okay. Das war doch klar. Vor allem, wie auf dich ich hängen geblieben bin an den Stein. Du bist doch immer hängen geblieben. Ich war nicht fliegt. Sorry, I'm happy. Und Jaxi immer so. Sorry, ich bin hängen geblieben. Sorry, ich bin hängen geblieben. Ja.